Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu den Fußball-News mit den heutigen Themen. Wolfsburg holt den zweiten Matcher, Hertha will Ajax zu Wilhelm, Leverkusen holt einen 30-Millionen-Euro-Toren-Verteidiger und Goretzkas Vertragsverhandlungen sind ordentlich am Stocken. Wir beginnen mit diesem Thema. Leipzig blitzt ab, Lacroix bleibt Wolfsburg erhalten. Die Entscheidung ist gefallen, Maxien Lacroix bleibt in Wolfsburg. Laut der Bild müssen sich die Daxen aber nun mindestens erstmal ein Jahr gedulden, denn Lacroix wird das nächste Spiel ja ebenfalls in der Autostadt verbringen. Am Dienstagabend kam es letztes Mal zum Kontakt zwischen beiden Klubs. Letztlich sei aber schnell klar gewesen, dass ein Transfer im Laufenden Sommer nicht zustande kommen würde. Ausgangslage war ja, RB Leipzig wollte unbedingt Lacroix als neuen Verteidiger haben. Offen sei dagegen noch, ob der noch bis 2024 laufende Vertrag vorzeitig, dann auch mit Gehaltserhöhung verlängert werde. Eine Entscheidung dürfte wohl schon in den nächsten kommenden Wochen fallen. Felix folgt Lukas, Matcher-Brüder in Wolfsburg wieder vereint. Felix Matcher folgt seinem älteren Bruder Lukas, den wir ja alle noch von der U21-EM kennen, vom Manchester City zum VfL Wolfsburg. Das 20 Jahre alte Offensivtalent unterschrieb am Mittwoch bei den Wölfen einen Kontrakt bis 2024. Felix ist ja im Vergleich zu seinem Bruder Lukas ablösefrei zu haben gewesen, da sein Vertrag bei den Citizens zum Saisonende ausgelaufen war. Der gemütige Hamburger schloss sich 2009 gemeinsam mit seinem Bruder dem Nachwuchs von Main City an, nachdem das Duo von Scouts entdeckt wurde. Zwei Jahre zuvor waren die Eltern mit den Kindern nach England ausgewandert. Über die verschiedenen Jugendjahrgänge war beiden der Sprung in den Profifußball geglückt und nun greifen sie gemeinsam mit Wolfsburg an. Hertha ist in sehr guten Gesprächen mit Ajax Ekelenkamp. Nachdem die Equipe jüngst von Bemühungen um Olympique Lyons Maxwell Cornet schrieb, nennt die Bild nun weiteren Kandidaten für Herthas Offensive. Nach Angaben des Blattes befindet sich der Berliner in sehr gutem Gespräch mit dem 21 Jahre alten Mittelfeldspieler Jürgen Ekelenkamp von Ajax Amsterdam. Als Ablöse wird ein niedriger, endstiegender Millionenbetrag gehandelt. Ekelenkamp besitzt in Amsterdam noch einen Vertrag bis 2022. Der Junioren-Nationalspieler durchlief beim Niederländischen Topklub alle Nachwuchsabteilungen. Für die Profis stand der Rechtsfußballgang 39 Mal auf dem Platz und kam dabei zu sechs Treffern und fünf Vorlagen. Denkbar ist dem Bericht zufolge, dass Hertha zunächst abwartet, was mit Offensivspieler Matthäus Cunha passiert, ehe es dann mit Ekelenkamp konkret wird. Der Brasilianer gilt ja aktuell als Verkaufskandidat. Bayer Leverkusen macht Kursonu zum Rekordabgang in Belgien. Bayer setzt ein unerwartetes Zeichen, Aussufezeichen sogar, auf dem Transfermarkt. Wie Head Latze News berichtet, sichert sich die Werkself für knapp 30 Millionen Euro, die Dienste von Odilon Cunha. Der 20 Jahre alte Innenverleidiger kommt von Brügge und avancierte dort unter Berücksichtigung aller Parameter zum teuersten Abgang der belgischen Pro League, wenn es denn jetzt auch so kommt. Der Deal sei in trockenen Tüchern, mit einer Vollzugsmeldung sei womöglich noch am heutigen Mittwoch zu rechnen. Zudem gehen auch andere Blätter von einer Ablöse von 30 Millionen, einschließlich einer Bonuszahlung oder Bonizahlungen von 5 Millionen Euro aus. Nur noch der Medizincheck fehlt demnach. Bayer reagiert mit dem Kauf, damit auf die durch Abgänge, Sperren und Verletzungssorgen entscheidenden Lücken im Abwehrzentrum. Und erst einmal nahm auch der Bundesligist mehr Geld für ein neues Spiel in die Hand. Das war vor gut zwei Jahren. Damals wurde Kerem Demebei für 32 Millionen von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Und damit jetzt wieder ein teurer Transfer und die Lücke in der Innenverteidigung somit vorerst geschlossen. Doppelschlag auf dem Transfermarkt. Schalke holt Drexler und Freisel. Schalke verleiht seinem Fahrtliga-Kader weitere Erfahrungen. Wie die Königsblauen am Mittwoch offiziell bekannt gaben Wechsel Dominik Drexler mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Köln nach Gelsenkirchen. Der 31 Jahre alte Offensive-Mittelfeldspieler erhält beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag über zwei Jahre. In Köln besaß der Routine noch ein Kontrakt bis 2022. Sport1 meldete jüngst, dass Drexler Ablose freikommt. Erst im Falle des Aufstiegs würde der FC 100.000 Euro von Schalke kassieren. 2018 hatten die Kölner für den Profi noch 4,5 Millionen an den FC Mischeland überwiesen. Zudem hat der SLF mit der Verpflichtung des Österreichers Martin Freisel auf den Corona-mitglieden Ausfall von Stammkeeper Femmern reagiert. Der hat einen 20-Jährigen unterschrieben am Mittwoch einen Vertrag bis Saisonende und kompliziert nach dem Abgang von Markus Schubert das Teuter-Trio. Daneben ja auch noch Michael Langer. Die Goretzka-Seite ist irritiert über den Verhandlungsstopp. Die Frage ist, ob das Gebot der Bayern nur bei der Hälfte der Gehaltswünsche des Spielers liegt. Puh, wir gehen die Geschichte mal einmal durch. Der FC Bayern setzt sich nämlich bei seinem künftigen Gehaltsgefüge klare Grenzen und will im Zuge dessen auch bei Vertragsverhandlungen hart bleiben. Wie die Sportbild berichtet, verlaufen deshalb auch die Gespräche mit der Seite von Mittelfeldspielern Leon Goretzka sehr zäh, aktuell sogar eigentlich sogar stoppend. Die Münchner wollen ihren Profis in Zukunft nicht mehr als 20 Millionen Euro brutto pro Jahr zahlen, um den Klub langfristig, finanziell und damit auch sportlich stabil zu halten. Nur wenigen Führungsspielern sei das Maximum auch generell vorbehalten. Beim Beraterteam, bei Leon Goretzka, sei man irritiert, dass der Auslösung mit dem deutschen Rekordmeister, anders als eigentlich geplant und auch gedacht, noch nicht fortgesetzt wurde. Wie das Magazin weiterschreibt, schritt der Seite von Goretzka nämlich ein Jahresverdienst von bis zu 20 Millionen Euro vor, während der FC Bayern bereit sei, geschätzte 10 bis 12 Millionen Euro zu zahlen. Die Wertigkeit des Spielers sei zwar geschätzt, aber auch seine Verletzungsanfälligkeit sei nicht außer Acht zu lassen. Und somit haben wir da natürlich einen Konflikt, der auch so ein bisschen an die Alaba-Geschichte erinnert. 8 Millionen Euro Differenz ist aber natürlich schon ein hartes Brett für eine Vertragsverhandlung. Und somit sind das die aktuellen Fußball-News aus der 1. und 2. Bundesliga. Eure Meinungen gerne in die Kommentare. Morgen geht es dann auch schon weiter und generell aktuell ja neben den Fußball-News extrem viel zur 2. Liga im 2. Liga-Check. Gerne mal abchecken. In dem Sinne macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017